Hallo, hallo, hallo! Der E-Mero hier, mit einem neuen Mario-Hack, nachdem ich die letzten Tage mal ein bisschen Pause gemacht habe. Heute, Fragezeichen-Blog. Wir spielen Wario World von Brötzschman, einem anderen deutschen Netzplayer. Wir haben Wario schaffen, alle Exits zu finden. Es wird eine lange Reise durch die Gefahr der Wario World. Wir fangen gleich an in Yoshis Haus, beziehungsweise in Warios Wohnung. Und was zur Hölle passiert da hinten mit dem Rauch? Diesen Demo beinhaltet 4 Welten und 34 Exits. Viel Spaß! Erste Frage. Da oben steht Mario. Aber ich dachte, wir sind Wario. Was zur Hölle? Die Startstraße. Pokémon-Musik! Pokémon-Musik! Pokémon-... Oh, wie geil! Okay, das wird garantiert so ein... Hey, rate mal, was für ein Lied gerade spielt, Heck. Zumindest werde ich mich so verhalten. Wenn es wen stört, tut mir das leid, aber... Das ist Pokémon. Da spielt Pokémon! Oh, wie geil! Und irgendwie hat der Block da gerade... Moment, das will ich nochmal. Ach, schade, ist er weg. Hat der Block da gerade echt meinen Panzer gekillt? Okay. Okay, das Erste, was man bemerkt... Ähm... Ich spiele ohne Safe-States. Drei große Türen bringen dich zu einem kleinen Kampf. Um das Level zu beenden, musst du siegen. Mit dem Spin-Jump besiegst du sieben Hand und drehen. Ich bin gespannt. Bumm, bumm, bumm. Bumm. Gewonnen! Yay! Level 1 geschafft. Gut, gleich weiter. Die Bonus-Blöcke. Ich erkenne die Musik nicht. So, und was gibt's jetzt hier? Münzen. Geld, 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 Geld. Für den Emero. Gut, 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 gut. Ich oben noch lang, greife die auch noch ab. Und rein geht's. Was haben wir hier noch? Bevor ich da hochgehe, was haben wir hier? Wir haben drei Blöcke. Mit Münzen. Toll. Brrrt. 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 Einfach mal durch-forwarded. Vorgespult. Okay, also wollen wir hier... Oh mein Gott, das sind Bums-Blöcke. Ihr seid Bullshit in Person. Nein. Oh, Feuerblume. Hallo. Hallo du. Feuerblume. Boing, boing, boing. Und wir haben den gelben Schalter gedrückt. Du hast gelbe Vierke freigeschaltet. Oh mein Gott. Sonic-Schnellweg. Pokémon-Musik. Schon wieder. Hä? Moment, das ist... War das nicht das Original? Okay. Nein, du nicht. Kumpel, das ist mein Panzer. Zack. Und schon der Mittelpunkt. Okay. Feuerblume brauche ich nicht. Was ist da oben? Ich habe ein Geheimnis gefunden. Yay! Die roten Scheingeist kannst du stampfen. Auf den blauen kannst du dich tragen lassen. Stampf. Lauf. Okay, das sieht komisch aus, was Mario da macht. Und das sieht komisch aus wie die weiße Outliner. Bäh, ne. Sieht noch nicht so schön aus, wenn ich ehrlich bin. Bosskampf. Bam, 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 bam. Feuer, Inferno. Tot. Gut, geschafft. Die Steinschlucht gleich hinterher. Moment. Moment. Diese Musik. Oh Gott, das müsste doch gleich... Zelda? Das ist Zelda. Mich hier kennt es auch. Oh mein Gott, ich liebe es. Oh ja, oh ja, hier geht es lang. Oh Mario, jetzt springt ihr lang. Komm her, komm her, es geht hier hoch. Wow. Hoch, 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 hoch. Oh mein Gott, ist das geil. Das gefällt mir schon mal. Gut. Hoch, hoch, rüber, rüber und rüber. Rüber. Okay. Vor allem finde ich schön, ich muss mal ein bisschen Lob aussprechen. Moment, was stellt das dar? Oh. Wow. Ich glaube, das sollte eine Note sein oder so. Ich muss Lob aussprechen. Die Grafiken gefallen mir. Die Musik gefällt mir. Und wieder Chucks. Rösten. Und rösten. Perfekt. Noch ein Level geschafft. Die Wasserwiese. Ich weiß gerade nicht, woher dieses Lied. Hier ist Mittelpunkt. Wie kurz ist das Level denn bitte? Ich bin oben lang. Oben ist... Oh, ich lang will. Hä? Hä? Ah, Goldpilz. Leben. Was? Das Level kommt mir gerade verdammt kurz vor, wenn da schon der Mittelpunkt war. Sollte hier ja nicht mehr allzu viel auf mich warten. Ne, da sind die Türen. Okay, ähm. Wie mache ich... Ach so. Das sind die springenden Fische. Gut. Das sollte machbar sein. Da springen sie. Vorspulen. Da springen sie. Und da springen sie. Gut geschafft. Bußburg sollte auch noch ins Video passen. Wir geben Gas. F-Zero? Moment, Moment. Moment. Das ist F-Zero. Oh mein Gott. Wieso spielt hier F-Zero? Nice. Mittelpunkt, einzelne Tür. Kein Bosskampf. Okay. Oh. Oh, wieso warnt mich niemand? Gut. Sehr nice. Drei Türen. Nur drei kleine Türen. Mega Man. Zwei Buß. Alter, dann machen die Probleme. Erkennt man natürlich wieder Mega Man. Weiß ich nicht. Zwei oder so. Auf jeden Fall Big Bußicht. Welt 1 geschafft. Ähm. Fuck you. Yo man, den hast du voll gebashed. Jetzt. Aber jetzt mach weiter. Ausrufzeichen, Ausrufzeichen, Ausrufzeichen. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Er sagt, fuck you. Ich hab den gerade gerettet. Kleiner Penner, den nächsten rette ich nicht. Normale Neuheit. Im nächsten Video. Bis dahin.